So... Äh, äh... Wünsche ist ein Mülleimer, oder? Achso. Waren Krieger gibt's nicht? Nimm's den Besen. Nicht? Stoff! Gut! Wünsche ist nur die Bege. Wünsche ist nur die Bege. Wünsche ist... Wünsche ist nur Müll. Ja... Und auch nächste ... das muss man dann eben schlachten. Beide hinstellen. Auch jeder, jeder hat keine Macht. ... nenne die Gabel, die Entskade, ... dann auch, das ist eine Kabelste. ... von Haugenbomben, der ist der ja auch gut. ... dann ist er nicht so gut, oder? ... und dann ist er nicht so gut. ... kannste ich ja richtig die Pelle gleich draus machen. Ketteleck Ah, Wolfgang Amadeus! Hallo Leute! Hör mal auf, nicht verbeugen! Das muss ja nicht sein! So viel Ehrfurcht! Habe der Erde! Habe der Erde! Hast du alles schön sauber gemacht! Ja, jetzt damit verfehle ich. So machen wir das! Wolfgang ist dafür verantwortlich, dass alles jetzt schön gefilmt wird. Gut auf, die Mütze bist du! Mütze auf! Gut auf, die Mütze! Ja! 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 Ich habe nicht so viel Geld! Ich war jetzt für vier Tage im Garten, also vier Tage. Habe gearbeitet, danach weiß ich. Boah! Und den anderen stehen lassen! Und den Positionsstuch! Ja! Gekürzt! Weil wir Nachbarn zahlen, ich hab da noch jemand, ich hab so viele Warum? Weil ich, äh, Rattenklare draußen im Garten habe, oder? Aber nach dem Warum hab ich gar nicht gefragt! Was? Das hat er dir aber gesagt! Ja! Das ist halt! Da stellt sich die Frage, das Warum ist ja gar nicht! Nö! Wenn ich jetzt den Gekker in den Blick kriege! Nee! Aber die Rattenklage! Ach Mensch, Dennis! Na ja, ja! Darum hab ich ja den Bon abgeben! Jetzt verwirrt ihn doch nicht! Ach, Mann! Weil wir wussten nicht mal, wo die kommen! Und dann haben wir den Bon abgeben! Und dann durch der offene Hand! Und dann die Mütze! Und dann die Mütze! Ja, wir müssen nicht hoch! Aber da kamen sie raus! Ja, da kamen sie auch irgendwo! Na ja, da kamen sie auch irgendwo! Na ja, da mussten Neste! Mein Nachbar kam dann am Samstag, kommt da noch raus und sagt, da ist so'n, ähm, so'n Ding da, wo er so'n, na ja, wo er so'n Gemüse drinnen macht, und da hat er Neste drin! Also eben, die Heuchtigkeit, weil, haben sie die Neste, man wisst nicht wo! Jetzt haben wir mal einen abgeschickt, wo er so reich und so'n Zittern! Na! Dann hat man da so'n Scheiß-Ring-Gescheid, und dann hat man da so'n Scheiß-Ring-Gescheid, und dann hat man da so'n Scheiß-Ring-Gescheid, weil ich bis jetzt mal'n Milch-Gescheid und da war auch ganz von Kohl-Masch! ich würde ja sagen, hat nen Gescheid, ich wusste ja hier so'n Scheiß-Ring-Gescheid. Blutgerinnungshemmer! Ja? Blutgerinnungshemmer oder? Hatten-Gift! Na ja, äh, Hasen, richtigen Hasen oder? Ja, das will ich nicht, wir haben's, gibt's, gibt's ja, verschiedene Sorten! Es gibt viele Sorten bestimmt, ja? Hä? Es gibt viele Sorten bestimmt. Ja, 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 ja. Es gibt ja eine große, dann gibt es doch ja einen Kähn. Das ist wie gesagt. Naja, wir haben wie gesagt, unser Sommerfest auch schon heißen gewesen. Naja. Wir kommen gleich wieder. Wir kommen gleich wieder. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020